moin moin leute was geht nun damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft cloud jahre haben wir ein bisschen redstone gekriegt und bäume gemacht und geduld und ja ein bisschen gesiebt und wir haben auch schon ein bisschen zeug hier ist auch ganz nice und ja machen heute weiter der knoll ist auch gerade um server ja ich habe anscheinend sich gerade für alles klar kann man machen ja okay der ist übrigens gerade auf einer insel schildern sind rum dann jetzt mal ein bisschen weiter und gucken mal was man noch ein bisschen also was man noch machen können ja 61 erde what the fuck das ist doch nicht mehr normal ja okay ist es echt nicht so sieben kompress erde 8 kompressed erde what the fuck ist das noch normal bin ich noch zu retten nein bin ich nicht okay so dann gucken wir mal so und wenn er hat gerade noch geschrieben dass er jetzt aufnimmt ich weiß es aber gar nicht genau wer es habe ich jetzt wahrscheinlich gelesen also es kommt immer unten rechts in so eine nachricht sag ich mal wenn sich in die richtung irgendwas tut in der konfi weil sie haben so eine skype konfi wo wir mal ein bisschen zeug haben aber das wird man dann gleich sehen ob man wer jetzt gleich und dann würde ich mal sagen machen wir jetzt mal die schere so zack 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 genau und fahren mit ein bisschen räume ab hier wir brauchen ja noch mal ein bisschen was so dann hier noch ein bisschen unter den rest wollten einfach so was hat schon okay so wir haben so viele settings alter was zum teufel okay so und so sieben war gleich mal ein bisschen weiter noch okay gut normal werde und ich glaube ich brauche mal wir können gleich mal ein bisschen apple juice machen oder auch dafür drei korps bis zu uns okay dann war das passt doch fast schon sieht man ganz kurz durch dann machen wir mal einen kleinen juice dann kann man apple juice machen wäre vielleicht auch mal nicht schlecht so so und so und so natürlich auch okay machen wir uns kurz gucken was wir abgeben können ja das haben wir jetzt ja auch schon komplettiert hier das ist sehr schön der rest kommt dann jetzt hier mal rein okay also das dauert glaube ich noch bis wir das haben aber vor allem das erde sieben ist ja so eklig na gut machen wir jetzt mal ganz kurz drei clean stones die kohle nehme ich mal noch nicht zum tuten hier also zum smelten aber egal so bei der erde und weiter geht's ok so und hier noch und da natürlich auch ok und währenddessen ist das ja fertig sehr schön gut dann mache ich jetzt einmal kurz pressure plate und dann wie ah hier juice out ok und dann können wir apple juice machen zack und zack das war erstmal nice das ist das hätte ich jetzt erstmal richtig gut hier würde ich mal so sagen ok gut hätten wir das jetzt auch mal wollen wir mal gucken was brauche ich alles wieder 100 jahre habe ich das gefühl so und weiter so und 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 so ok das ist ja ganz schön harte quest für mich gut was fehlt uns da jetzt eigentlich noch aus dem erde bereich durch zieht exotics die kremen kann ich ein cactus sieht wenn man also kenne zieht es will noch spruce sieht und durch sieht okay wir gucken mal ganz kurz durch sie so ein prozent chance noch ich weiß ach so eigentlich gibt es mir zweiprozentiger chance okay äh das gibt es aber alles nur also spruce sieht auch einprozentige chance hm nicht so schön aber akazie sind halt durch zum beispiel also ist auch ein bisschen pech mit dem spiel gerade dass wir da noch nicht fertig sind na gut ähm mal weiter laub nachfüllen hier bin ich froh weil diese quest haben das ist so eine richtig ganz schön ekelige quest finde ich also ich freue mich schon so bis echt ein bisschen auf technik wieder ach ein bisschen meine lieblings mods und ich denke wenn man keinen laub mehr will sollten man ein bisschen äh zeug nachmachen hier acht scheren machen wir mal ganz schnell so uh los schere passt doch und abholzen ja und du natürlich auch okay zack und zack und zack zack dich nehmen wir auch noch mit und dann ja okay warte mal warte mal wieder alles mitnehmen hier und weiter geht's so zack und zack und zack okay schon wieder einer gewachsen da ist noch einer gewachsen so das holz brauchen wir selbstverständlich ja gut wir haben schon wieder 28 erde wir gucken jetzt aber mal ist noch nicht fertig okay ich hoffe mal dass wir jetzt was kriegen was schönes kriegen rubbertree sieht an spruce sieht sehr schön den kann man gleich mal abgeben ja okay aber sonst irgendwie nichts gescheites leider was knolle left the game schon nur los denn wir doch in der erste Folge auch die ist doch 14 Minuten das ist wohl nicht jetzt dass der schon rausgeht aus dem Spiel ach du scheiße der bomb ist wieder so riesig so nein hilfe so na darum komme ich nicht ran das kann ich knicken machen wir ganz kurz eine neue steinax wieder beziehungsweise ich mach erstmal das alles raus hier so so und so und so und so und du natürlich auch okay gut neuer Angst irgendwie muss man ja die Zeit ein bisschen rumkriegen und dann fahren wir nebenbei ganz gut Holz eigentlich so zack 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 und zack genau so ganz kurz mal warten dann warte wir warten noch mal ganz kurz guck mal eben da rum das ist da eigentlich eigentlich überhaupt nicht so genau und nächster stack rein und nächster stack um genau zu sein vielleicht war ich mal noch eine zweite Reihe Barrels da mal dann produzieren wir noch ein bisschen schneller beziehungsweise ich wollte doch noch ein Auto komposter machen fällt mir gerade ein wieso mach ich das eigentlich nicht die ganze Zeit keine Ahnung also so ich sieb jetzt nochmal ganz kurz und dann gucken wir mal was wir in Richtung Auto komposter machen können so 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 und so und nur scheiße gekriegen aha man nur bullshit das kann ja noch weiter heiter werden hier es kann ja noch weiter heiter werden hier äh ja okay äh ja toll so nochmal wieder Erde rein so so okay wo Knolli jetzt nicht wiederkommt weiß ich auch nicht so genau aber naja Das waren doch noch keine 20 Minuten eigentlich. Noch lange nicht. Vor allem 40 Minuten eigentlich. Das war noch lange keine 40 Minuten. Na gut. So. Wir können uns jetzt erstmal ein bisschen darum kümmern, dass wir vielleicht mal einen Redstone noch ein bisschen kommen. So, pass mal auf. Das packen wir da jetzt erstmal rein. Und dann... Machen wir mal... 4. Na, das passt schon. Ich muss mal kurz gucken, was brauchen wir denn so. Das technisch noch. Das hier draconium-Tast. Und das, sag ich mal. Okay. Das ist auch nochmal ein bisschen härter. So, 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 so. Dann machen wir so. Zack. Zack. Und zack. Und dann machen wir so. Und es ist ganz schön dunkel gerade. Fällen wir mal so auf. Compressed Sun. So, nebenbei können wir mal wieder die Erde... ...wieder rausholen und neue machen. Wir müssen hier mal ein bisschen Multitasking zeigen hier und machen und tun. Und bla 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 bla. Und x, y, z und so weiter halt. So. Genau. Okay. Dann machen wir mal so. Und das 7 war jetzt erstmal durch. Also, die Autokomposti-Anlage können wir schon machen. Wir können auch schon genug Redzone abgeben. Sehe ich gerade. Auf jeden Fall. Also Redzone, das haben wir schon. Und das ist ganz geil. Das ist ein ganz geil. Also. Und schon Bone Meal ist auch ganz schön. Aber was wir halt noch nicht haben, ist Draconium Dust. Was ein bisschen stutzig macht. Draconium Dust. Dust kriegt man. Maxine Illusiv aus Dust mit einer 1% Chance. Redzone mit einer 3C% Chance. Ach, scheiße. Ja. Was ist noch so 1%ig? Silver ist 2%ig. Wir haben auch schon mehr Silber. Na gut. Vielleicht wir müssen noch mehr Dust sieben. Aber vielleicht werden wir jetzt erstmal ein bisschen mehr Gravel sieben. Beziehungsweise erstmal wieder Erde rausholen. Fällt mir gerade ein. Ich vergesse das immer. Und dann ja. So. Und 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 so. So. Wir machen jetzt mal ganz kurz zwei Barrels. die eine eine für das ding genau zwei kisten brauchen wir jetzt aber das ist jetzt ein bisschen die teurere an gelegenheit sage ich mal quasi so hier kommt die bärbel hin da kommt das hier kommt die kiste so jetzt brauchen wir dann so eine roten pipe und dafür brauchen wir glas machen wir mal das hier ich mache mal noch einen stonehammer für einzelne sachen so zack zack genau wir brauchen jetzt mal ne warte mal ein glas brauchen wir nur ein glas nur dann brauchen wir auch nur ein glas so zack sand und der sand kommt da jetzt mal rein wird es wieder heller jetzt oder wie oder war das jetzt gerade einfach gewitter ich wollte euch auch sein so glas und da machen wir jetzt mal wo die pipes raus und bild kraft wurden transport preis ist ja schön okay so ist natürlich falsch rum böse böse ja es wird sich jetzt mit wasser auch so sein andersrum andersrum habe ich gesagt der will unbedingt darum machen gibt es auch eine wendsch irgendwie warte mal so eine bild kraft wendsch ab tatsächlich ist es also teuer iiiden oh kraft w豆 ankamen ludbecker ein horse ist schon mal gut aber doch kindes melde wie von daher nützt uns das jetzt nicht ganz so viel java powder 3 und ohr zeit jetzt scheiße ich glaube dann schau mal wo diese anlage wohl doch noch nicht dann wird das wurde auch noch nichts diese folge aber eine nächste folge bestimmt denke ich ja also ich mache noch mal ganz kurz nach hier wir können natürlich auch mit hoppern machen aber es kostet halt noch mehr reisen und das haben wir jetzt einfach noch nicht deswegen schaffen was diese folge denke ich einfach mal noch nicht und ich kann jetzt auch nicht mehr mehr aufnehmen bedeutet ja das also gut ich würde sagen das war's für die folge wir sind bei 20 minuten bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal